So Freunde, damit willkommen zum, ja, in dem Falle, jetzt diesmal wirklich sogar, allerletzten Vlog aus Australien. Ja, ich mache mich gerade auf den Weg zum Flughafen, das heißt ich gehe jetzt zur Roma Central Station und ja, werde da irgendwie einen Zug nehmen, der mich dann zum internationalen Airport hier in Brisbane bringt. Und dann ist aus die Maus, also wir haben es, ihr seht es ja schon im Hintergrund, ja, in dem Fall die Uhrzeit wisst ihr nicht, aber es war auf jeden Fall nachts um vier und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall abhauen. Und ich habe überhaupt keine Lust. Ja, und ich sehe schon, da vorne ist es schon, Brisbane Transit Center. Das heißt, so viel habe ich gar nicht mehr zu laufen, da hinten links muss ich glaube ich rein, wenn ich mich nicht täusche. Sieht so aus wie ein Parkhaus oder da vorne links kann auch sein, gehört wahrscheinlich dazu. Naja, auf jeden Fall ist es diesmal wirklich das Ende jetzt gewesen und ich dachte mir, ich melde mich nochmal, bevor ich dann losfliege. Und ja, wenn ihr Bock habt, vielleicht weiß der ein oder andere schon, wo ich hinfliege, kann ja sein durch, weiß ich nicht, Snapchat, Instagram, irgendwas, vielleicht hat man ja mal geschrieben, es gibt ja auch Leute, die mich anschreiben. Ähm, ja, ich kann ja mal raten, wo ich jetzt als nächstes hinfliege, ob es nach Hause geht, vielleicht geht es noch woanders hin. Aber an die, die mich ja schon länger beobachten, sage ich mal, wissen ja eigentlich, wo ich hingehe oder dass es noch weitergeht. Ich habe gar keine Lust, weil ich habe jetzt überhaupt nicht geschlafen und letzte Nacht habe ich auch nur zwei Stunden geschlafen, weil ich noch mit den ganzen Kollegen aus dem Hostel halt rausgegangen bin, weggegangen bin. Und ja, spät oder eher gesagt früh wieder nach Hause kam. Ja, keine Lust, zum Glück, der Flug geht nur sechseinhalb Stunden, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Aber ich bin mega müde zurzeit und essen müsste ich dann auch noch und im Flieger werde ich dann wahrscheinlich pennen. Also muss ich, sonst bin ich morgen komplett im Eimer, weil wenn ich jetzt noch durchmache, ich lande morgen um zwölf. Also Ortzeit um zwölf, das heißt aus Reihen wäre es dann um zwei. Wir haben es jetzt morgens um drei oder halb vier sogar schon, um vier sogar, sorry. Und ja, um viertel nach sieben geht der Flieger. Das heißt, wenn ich jetzt auch wieder nicht schlafe und bis morgen Abend dann durchmache, dann wird das Katastrophe. So, da bin ich jetzt in einem anderen Land gelandet. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr in Australien natürlich, ich habe ja gesehen, dass ich geflogen bin. Und ja, ihr könnt ja mal raten oder mir in die Kommentare sagen, wo ich jetzt sein könnte. Einige von euch könnten es vielleicht sogar wissen, weil ich schon auf Insta oder Snapchat immer was mache. Und naja, könnt ihr mir ja mal sagen. Und dann würde ich sagen, das Australien-Kapitel ist jetzt erstmal vorbei. Und dass ich das Video jetzt hier erstmal beende. Ich weiß, es ist jetzt ein kürzeres gewesen, aber ich denke einfach mal ein neues Kapitel anfangen ist jetzt besser. Deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt weiterhin dabei bleibt. Und es wird auf jeden Fall noch mega cool, da wette ich drauf. Und ja, dann schön abonnieren und bis denn.